einen wunderschönen guten tag ich bin es wieder euer showtime und wir sind zurück bei minecraft und ja was machen wir als erstes wir craften uns ein paar bücherregale was haben wir hier noch kann man die eigentlich auch schüsseln da muss ich doch jetzt mal gucken bevor wir irgendwas anderes machen wobei eigentlich alles gut wir machen das so wie es ursprünglich gedacht hatte so das heißt die kommen weg die stacken wir die können wir nicht stacken weil eins davon geschüttelt ist so bücher machen wir uns einfach mal einen schwung was haben die für die 47 so und dann machen wir so buch können wir machen nämlich so papier wie papier mit den papier nicht so viel weil wir kein zuckerrohr haben richtig weil irgendjemand permanent kein zuckerrohr fahren geht so so ich vergesse es immer wieder einfach zucker zuckerrohr zu farben so und so und bücher ich glaube so viel werden wir gar nicht brauchen aber kommt dann haben wir so und zack ihr macht mich schwach ernsthaft kein holz tatsächlich ok holz gott eiche ist wieder mangelware ich fasse es ja ich fasse es ja so und zack kommen wir wieder ein bisschen holz auf tasche und besser was jetzt bleiben wir erstmal bei den büchern die wir haben und wir haben unsere diamanten behutsamkeits gedöns dabei und dann schauen wir mal wie das da oben aussehen könnte was will ich noch haben die sorge gehabt dass die aufnahme nicht läuft so nein wie das habe ich jetzt gedrückt so war das hier sofa ja aber sowas nicht wird immer genau so das heißt wir haben die nehmen wir mit dann was haben wir hier center wie ist denn das left kann man die auch komplett ums eck machen geht das das muss ich jetzt mal ausprobieren das müssen wir mal ausprobieren ob man die mich die links setzte dabei wird nicht funktionieren das wird nicht so richtig schöne ecco zu bauen wird wahrscheinlich nicht klappen oder so center so und da dann da dann noch mal so ein so was hier mit dran das klappt nicht gibt es irgendwie couch so jetzt möchte mal kurz gucken aber das sind einfach nur verschiedene farben oder couch corner ok doch dass das könnte doch gehen dann könnte man hier weitergehen richtig was brauchen wir denn da da brauchen wir eine right so couch und dann nehmen wir mal right zack das geht doch und wenn wir hier jetzt mal kurz gucken wie das aussieht weg jedes mal muss ich couch eingeben aber gut so ist es halt links haben wir jetzt und wenn wir jetzt hier noch so eine corner machen ich hoffe das war jetzt auch die corner ich habe jetzt einfach nur geklickt so ja das war clever ach warte mal gibt es auch corner right corner left echt nicht aufgepasst couch couch corner back couch corner back habe ich denn hier jetzt gebaut couch couch right so was haben wir hier couch right back couch left was ist das hier couch right back habe ich keine corner gebaut couch right couch right left okay so also nochmal bis wir es geschneit haben so center couch right corner so warum nicht gleich so und das kriege ich jetzt aber nicht gedreht ne couch corner black warum macht er das nur so rum kann man das auch das muss ich dann so setzen oder was ah ok ich muss mich halt anders bewegen und dann kommt hier ok 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 würde aber glaube ich besser aussehen wenn wir noch ein center hätten ok dann lasst mich mal lasst mich mal testen haben wir noch ein center auf tasche nee haben wir nicht dann nehmen wir mal noch ein center mit so couch und center ok komm her so dann nehmen wir den ganzen kram mal kurz mit haben wir alles wir haben alles ok ups ähm hier nicht sondern dann hier was haben wir denn hier wir haben corner center das wäre richtig wäre richtig wäre brauchen wir nicht was haben wir hier corner ok das würde passen das würde so passen dann haben wir hier so und hier haben wir so ok nice dann könnte man rein theoretisch das sogar noch ein Stück nach vorne ziehen und könnte dasselbe nochmal machen wirkt nämlich fast ein bisschen verloren könnte man nochmal machen super ok pass auf Basuf ähm wir brauchen nochmal ähm ähm couch center brauchen wir jetzt noch 2 1 2 dann haben wir die couch unten fertig dann bräuchten wir nochmal 2 4 6 glaube ich ne 1 2 3 4 5 6 hoffe ich fahr tue mich ja nicht dann bräuchten wir noch hier einmal right haben wir noch einmal left bräuchten wir noch ähm und dann bräuchten wir noch 2 mal cornerback richtig 1 hätte ich gleich 2 mal machen können 2 so ok dann erstmal so dann schauen wir mal ähm die müssten wir zuerst machen dann haben wir sie nämlich weg ähm das ist corner und das ist corner ähm was bräuchten wir jetzt bräuchten wir einmal right so und einmal left cornerback right äh cornerrightback haben wir jetzt 2 ich bin verwirrt ok so haben wir hier eine große couch wo wir keinen Tisch reinkriegen ah ist egal oder ich mach die noch größer uiuiui ähm cornerrightback ecke ok was haben wir hier ähm so ne dann zack 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 und zack und hab ich 2 mal right ok das ist super weil right brauchen wir hier nämlich nicht hab ich mich doch vertan und wenn wir die noch eins breiter machen dann würde die bis hier gehen und die andere würde bis da gehen ja weiß ich nicht dann würde man aber vielleicht einen Tisch in der Mitte kriegen dann würde man vielleicht einen Tisch in der Mitte kriegen ok ähm also wir brauchen nochmal Couch und wir brauchen nochmal 2 Center und wir brauchen vor allen Dingen Left richtig 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 so das brauchen wir aktuell nicht ähm so dann machen wir das gleich dann haben wir es eben ja weg ähm so hauen wir erstmal hier weg so zack dann haben wir hier ne das ist falsch das passt das passt glaube ich ähm Center zack und zack und so ok so viel zu klein und gemütlich ey meine Güte ähm ist dann doch ein minimal mü größer geworden Center Center wieso fehlt mir denn jetzt ein Center der müsste hier hin hier haben wir hier haben wir ein Corner das passt auch mir fehlt noch ein Center ok mir fehlen sogar wollte ich das noch weiter machen ich könnte natürlich auch einfach einfach das so machen zack und hier machen wir es einfach andersrum genau komm dann machen wir das so ich habe es bestimmt gleich also ihr wisst doch sicherlich wie das ist zu hause wenn man eine Couch aufstellt das dauert halt einfach zack und zack und so ok haben wir zwei Sofasse ähm jetzt ist so ein bisschen die Frage nach Tisch ein kleiner gemütlicher Tisch aber ich glaube das dürfte schwierig werden ich glaube das dürfte schwierig werden ähm es gibt doch hier die Filter die ich nicht Tab Filter Kunst ne äh Badezimmer auch nicht Schlafzimmer Nachtschrank ja ne wobei die könnte man naja mal schauen was ist das ne Wiege ok brauchen wir aktuell nicht Schlafzimmer könnten wir eventuell irgendwann nochmal benutzen wenn wir es denn schaffen ein Schlafzimmer zu bauen eine Anrichte Toilettentisch Chest drawer Girls ist alles klar ähm Misk Trash ok so wir gucken mal weiter durch Verlies Fire Pit nice warte mal so Sargstein ok aber man kann so viel Kram hier machen mit dem Verlies könnte man eventuell echt unten noch arbeiten bei unseren na mal schauen Zäune auch schön ähm Essen ok Milchkanne brauchen wir nicht ähm Feste ok Grabstein warum auch nicht Küche ok da könnten wir auch mal schauen ähm ob wir da nicht irgendwann mal was machen Beleuchtung ok da werden wir auch so eine kleine Lämpchen brauchen das ist gut Wohnzimmer was haben wir hier Aquarium nein Regal hm weiß ich nicht was ist das Bernfell Fireplace ok eigentlich hätte ich gerne einen kleinen Tisch einfach nur einen kleinen Tisch so einen Couchtisch halt wisst ihr ich weiß nicht ob ihr ihr wisst was ich mir da vorstelle ok aber das kann doch eigentlich nicht so schwer sein oder was ist das Kaffee Industrial Kaffee Dark Table wie sieht denn das aus kann ich das bauen kann ich bauen wie sieht denn das aus hm ist ein bisschen pixelig aber es würde gehen glaube ich schauen wir mal kurz wenn ich das so hier reinsetze kann kein Mensch mehr hier sitzen richtig ja so und wenn ich das so mittig setze ist der ganz schön lang ist der ganz schön lang aber gut dann könnte man sich überlegen ob man das hier sogar noch ein Stück weiter zieht dann würde das hier auch abschließen dann könnte man das hier in die Mitte packen wäre vielleicht sogar eine Idee mich würde mal interessieren kann man da kann man da eine Lampe raufsetzen so Market Garten Trophäe Spielzeug Technologie Lannos Sport Schilder ich dachte ich fange von hinten an weil was war das Patreon ok ok Büro hätte man auch nehmen können Credenz links Credenz rechts da können wir auch mal gucken Wohnzimmer so Lampe ne Lampen sind bei Licht ne genau so Tisch Tisch Leuchte grün nehmen wir gelb ja komm probieren wir mal jetzt würde mich mal interessieren ob man die da unten raufkriegt warum schwebt die in der Luft weil es nicht hoch ne klar weil ein Block Höhe ein Block Höhe na gut dann funktioniert das so nicht wie ich mir das gedacht habe ok ist nicht so schlimm hm ich glaub wir überziehen schon wieder ich hab jetzt ernsthaft ähm ähm Couch ich hab ernsthaft ne ganze Folge gebraucht um zwei Sofas aufzubauen Couch Center und ich bin immer noch nicht fertig damit so ähm Industrial 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 Black Sofa nein da Coffee Table Black oder Light Light und Medium komm wir nehmen mal zwei Mediums so und probieren mal ob wir das hier noch auf Reihe kriegen schnell So, der kommt weg. Das kommt auch weg. Center. Und, nee, ist genau falsch. Ähm. Zack, okay. Dann kommt hier noch einer hin. Nein. Wieso nicht? Hm. Ich bin gespannt. Na, komm. Na. So. Und du kommst auch weg. Dann haben wir hier noch den Center. Und hier haben wir, das passt. Und hier müssten wir rechts haben. Das passt auch. Okay. Und da könnte man mal kurz schauen. Ähm. Wie hieß das? Credenz, ne? Credenz. So, hier links und rechts. Gibt es da auch was in der Mitte? Wahrscheinlich nicht. Hm. Okay, jetzt habe ich Bücherregale gemacht und habe sie bis jetzt noch nicht gebraucht. Naja. Ähm. Okay, dann ist Credenz vielleicht doch nicht so cool, weil wir haben hier Dreierbreite. Müssten wir uns noch überlegen, was wir daraus machen. Wie wir hier am besten arbeiten können. Mit was wir hier am besten arbeiten können. Ja, und ich dachte dann, ähm, dass man dann hier das halt rausnimmt. So. Vielleicht sogar... Ne, das ist das nicht. Das nun gerade nicht. So, da könnte man... Das können wir mal kurz einsammeln. Und können das hier dicht machen. Zack, zack. Und dann entsprechend hier so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, hoffe, ihr habt eine Vorstellung, wie ich das meine. Da hinten können wir so dicht machen. Und dann kommt... Zack. Ach, warte. Jetzt habe ich mich hingesetzt. Äh, so. Das hier hinten geht, glaube ich, gar nicht. Hahaha. Weil dann können wir nämlich hier keine Bücherregale machen. Ich glaube, wir müssen die doch noch ein Stück... Oder? Jetzt versetzen wir die noch ein Stück nach rechts. Ich weiß noch nicht. Vielleicht... Lasse ich das auch. Aber dann hätten wir hier halt Bücherregale, weil die sind nämlich auf beiden Seiten. Und das wäre vielleicht nicht ganz so geil. Oder das geht halt einfach nicht so weit. Hier ist dann... Wäre dann Schicht im Schacht. Das heißt, die würden nur bis hier gehen. Ja, weiß ich nicht. Müssten wir mal gucken. Aber ansonsten dachte ich dann so halt. Wisst ihr? Wisst ihr? Wisst ihr? Oder? Glaube ich, kann man so machen. Ich glaube, das kann man so machen. Naja, gut. Aber es ist irgendwie eine ganz schön lange Aufgabe, das zu machen. Aber wenn man sich überlegt, dass das vorher ein Lager war, ist das glaube ich eine coole Sache, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Na gut, wir sind auf jeden Fall am Ende dieser Folge angekommen. Das heißt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.